herzlich willkommen zu einer weiteren folge auf der offizie marsch eine neue outnahmesession erste schauen wir alle fahrzeuge in gang bekommen das ist der lkw stroh unser mitrescher für hopfen wir haben eine aktuelle neue kursversion sieht kann man erkennen was er gerade macht werden auf den starten als nächstes machen wir da sind wir fertig werden wir uns ein abfahrkurs einfahren der funktioniert der letzte hat nicht funktioniert das war feld 13 muss aber ein bisschen sortieren abfahre gut habe ich auch schon gelöscht die leckung nicht mal kurz hier ein ausdecken das ist nicht so einfach mit der lenkung wie wir sind ich habe gehört dass fischbeteile nicht ankommen sollen also was machen wir da anbau fischteile so ich lenke mal ein bisschen kurz so fahren dass er sich nicht mit den anderen kreunzt kreunzt möglich ist in der rechten seite bleiben möglich hat es gut geklappt wir werden noch ein zwei felder kaufen wir werden noch ein zwei felder kaufen wir werden noch ein zwei felder kaufen und dann wenn möglich neue traktoren weitere traktoren wir werden noch ein zwei felder kaufen als weiteren werden wir einen weiteren metern kaufen ob der tun passt aber meine comms noch ein nachge this das ist wir werden noch ein paar gleich das ist die Ablaan. Ja, hier drunter kein Fahndung. Aber irgendwie holste sich trotzdem zwar. Na gut, Abfahren ist tragisch. Da würde ich nur da hinfahren lassen. Und dann mal gedanklich. Anders da hinfahren. Vielleicht nach der Augennahme wissen, wie der Ton ist. Kann sein, dass da ein bisschen noch leiser machen ist. So. Ende. Einstellen. Entschuldigung. Ich speichere mal nicht. Zum Bluffen jetzt nicht. Der führt. Nicht schlecht. Mal gucken. Die kann ich erst speichern wenn er steht. Okay. Ich will ja ganz gut von nebenan ab. Geht immer gut. Der soll doch mit dem Stroh verkaufen. Das könnte nachher schief gehen. So verkaufen. Dann können wir nachher Walen auf der Wiese pressen. Ich glaube auf den links war der beste Preis. Heizkraftwerk. Ups. Der hält sogar an. Ich glaube jetzt werde ich voll gerammt. So. So. Ich bin wirklich unten gespannt. Ich kürze mal hier ab. Mit einem Silabeballen. Das deckt man hier wenn man da nicht los wäre. Dann gehen wir wieder zum WGA zurück. Wisschen Geld verdient So, das ist jetzt einer noch dabei, und dann reichen die letzte Das passt eh So, eben auf die letzten Länge Schönes Geld verdient So, den anderen Ball Aber den nicht verlieren Ganz dicht am Trigger herbeifahren, müsst ihr automatisch heiligen Der Tone ist nicht so einfach mit Fahrzeugen Dicht dran ist laut Perfekt ist leise Nicht so einfach Sehr ruhig halt Sehr ruhig halt Ja dann Dann muss gleich Nicht so einfach 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 Wenn ich Stroh gesammelt habe Kann ich gleich die Aussammel gehen Die Feld 14 wäre nicht schlecht. Genau an der Ecke. Mal schauen, das bleibt recht. So, jetzt kommen wir wieder auf den. Bruder. Ja, so. Was ist das? Jo. Ich komme, dass du gerade auf den Ruhl gehst. Ja. Jups. So. Jetzt beginnen wir nämlich mit der Ladeball. Wenn das nicht so schwer. Der stoppt ja automatisch. Bei der Aufnahme. Wir haben jetzt Uhrzeit in der Uhr. Wir versuchen in der Zeit, bis dunkel. Bis dunkel wird. So viel fahren wir wirklich. So viel fahren. Nass gehen wir wieder schlafen. Dunkel werden wir nicht plagen. Wir müssen jetzt kurz in die Garage gehen. Um die Fahrt zu reparieren. So. 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 Wir müssen das mal so fest. So. 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 Da habe ich einen neuen Mod, der aufschwatten kann. So, wie war's? Schwappenbüse nochmal, 20 glaube ich. So, wie war's? 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 So, wie war's?